Hier präsentieren wir die 5 besten Kinderspartwagentests. Lass uns anfangen. For more information. Überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu starten Nummer 5. Hauptkinder Bagirana. Suchen Sie einen Kinderwagen für Ihr Neugeborenes? Dann sind Sie bei Haugrunner Tricycle Jogger Buggy bis 25 kg mit Liegefunktion ab Geburt, großen Lufträdern und Federung genau richtig. Der Haugrunner Tricycle Jogger Buggy bis 25 kg mit Liegefunktion von Geburt an, großen Lufträdern und Federung ist die perfekte Wahl für Sie und Ihr Baby. Dieser Kinderwagen ist für Kinder von Neugeborenen bis 25 kg geeignet und eignet sich sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich. Der Haugrunner Tricycle Jogger Buggy bis 25 kg mit Liegefunktion von Geburt an, großen Lufträdern und Federung verfügt über eine Vielzahl von Funktionen. Die Liegefunktion und die verstellbare Fußstütze sorgen für maximalen Komfort für Ihr Kind, während das große Sonnendach, der große Korb und die verstellbare Rückenlehne und Fußstütze für maximalen Komfort für Sie sorgen. Nummer 4. Lionelo Emma Plus Kinderwagen bis zu 15 kg Sind Sie auf der Suche nach einem Kinderwagen, der sowohl leicht als auch robust ist? Dann sollten Sie sich unbedingt den Lionelo Emma Plus Kinderwagen ansehen. Dieser Kinderwagen verfügt über ein leichtes Gestell mit einem robusten Design sowie einen bequemen gepolsterten Sitz und eine Matratze für Ihr Kind. Die Liegeposition ist perfekt für Kinder, die ein Nickerchen machen. Außerdem haben der Einkaufskörb und die große Tasche die perfekte Größe für all Ihre wichtigen Dinge. Der Lionelo Emma Plus Kinderwagen ist perfekt für Eltern, die einen leichten, robusten Kinderwagen für Ihr Kind suchen. Lassen Sie sich nicht von schlechtem Wetter davon abhalten, die freie Natur zu erkunden. Der neue Lionelo Emma Plus Kinderwagen ist leicht und strapazierfähig und damit die perfekte Lösung. Vor mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Haug 3 Rad Buggy Citi Neo 2 Suchen Sie einen Kinderwagen, den Sie überall hin mitnehmen können? Dann sollten Sie sich unbedingt unseren Haug Citi Neo 2 Buggy Jogger mit Liegeposition Stone ansehen. Der Citi Neo 2 Buggy Jogger mit Liegeposition Stone ist der perfekte Kinderwagen für Spaziergänge in der Stadt oder auf dem Land. Dieser Kinderwagen ist leicht und hat einen breiten, bequemen Sitz. Außerdem lässt er sich in die Liegeposition bringen, sodass Ihr Kind bequem ein Nickerchen machen kann. Der Citi Neo 2 Buggy Jogger mit Liegeposition Stone ist nicht nur mit einer Liegeposition, sondern auch mit einem großen Korb, zwei Becherhaltern und einem verstellbaren Schiebebügel ausgestattet. Der Schiebegriff ist ebenfalls verstellbar, sodass er sich an Eltern mit unterschiedlicher Körpergröße anpassen lässt. Holen Sie sich den besten Kinderwagen für Sie und Ihr Baby. Der Haug Citi Neo 2 Buggy Jogger mit Dreck. Nummer 2 Foggy Buggy Runger S4 Suchen Sie einen Kinderwagen, der praktisch, erschwinglich und leicht zu reinigen ist. Dann schauen Sie sich den Foggy Runger S4 bis 2 Buggy Kinderwagen an. Dieser Kinderwagen verfügt über einen praktischen Schiebegriff, damit Ihr Kind nach vorne oder gegen die Fahrtrichtung schauen kann. Der Schiebebügel ist abnehmbar, sodass sich Ihr Kind auch an ihm abstützen kann. Außerdem ist der Buggy ultraleicht und kompakt, wenn er zusammengeklappt ist, sodass er einfach zu verstauen und zu transportieren ist. Der Foggy Runger Buggy verfügt über einen 5-Punkt-Sicherheitsgurt, einen gepolsterten Sitz und eine mehrfach verstellbare Rückenlehne. Außerdem verfügt der Buggy über einen praktischen Ein-Knopf-Faltmechanismus, einen großen Ablagekorb und eine verstellbare Beinabdeckung. Holen Sie sich mit dem Foggy Runger S4 bis 2 Buggy Kinderwagen den praktischen und erschwinglichen Buggy, den Ihr Kind verdient. Und die Nummer 1 unserer Liste. Lionel Annet Buggy bis 22 kg. Sind Sie auf der Suche nach einem Kinderwagen, der perfekt für den Komfort Ihres Babys ist? Dann sollten Sie sich unbedingt unseren neuen Lionel Kinderwagen Annet ansehen. Der Annet Kinderwagen ist perfekt für den Komfort Ihres Kindes. Er verfügt über eine verstellbare Rückenlehne, eine verstellbare Fußstütze und weiche Einlagen, die für einen ruhigen Schlaf sorgen. Außerdem ist die Fußstütze verstellbar. Die Räder sind aus Gummi und mit EVA-Schaumstoff ausgestattet, damit sie auf jedem Terrain leicht zu schieben sind. Der Annet Kinderwagen lässt sich außerdem leicht zusammenklappen und hat die perfekte Größe, um auf Reisen mitgenommen zu werden. Verabschieden Sie sich von sperrigen Reisekinderwagen und sperrigen Kinderwagen. Der Lionel Annet Kinderwagen ist die ideale Lösung. For more information. Überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren unseren YouTube-Kanal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.